Das SpeedTurtle glänzt auch am Autodach. Die Zelteinheit des SpeedTurtle lässt sich jetzt mit wenigen Handgriffen zum Autodachzelt upgraden. Mit dem Kauf eines SpeedTurtle haben Kunden damit die Option, nicht nur im Fahrradwohnwagen, sondern auch am Autodach zu campen. Ein Imbusschlüssel genügt, um die Plattform des SpeedTurtle mit einem Dachzeltrahmen auszustatten, um es auf Dachträgern montieren zu können. Es ist so einfach. Einmal campst du während der Radreise Mikrowohnwagen, im nächsten Moment schlägst du dein Zelt am Autodach auf. B-Turtle Multifunktional